Herzlich Willkommen zurück zu NEVER ALONE KISSIMA INI CHUNA! So, wir haben noch was vor uns. Wir haben nicht nur noch die Bonus-Inhalte vor uns, sondern wir haben auch noch Foxtails. Da erzählt er uns eine weitere Geschichte. Wir wollen ein neues Spiel starten, bestätigen und drücke X, um fortzufahren. Wir sind ein neues Spiel her. Ich bin ein neues Spiel. Ich bin ein neues Spiel, ein neues Spiel zu verarbeiten. Wir sind ein neues Spiel, ein neues Spiel. Das war's für heute. Es gab einmal zwei Brüder. Der eine Bruder lebte an der Küste, der andere Bruder lebte bei Kotzebü. Ich würde sagen, das ist ein Profesional. Ich habe eine Brüder. Ich habe eine Brüder, die wir in der Küste haben. Ich habe einen Brüder, der wir in der Küste haben. Wir haben einen Brüder, der wir in der Küste haben. Okay, und wir rennen. Und wir springen. Yay! Oh. Bleib stehen, bleib stehen. Ich will dich doch fangen. Ich will dich doch fangen. Yay! Wow! Ich will dich doch fangen. Ach so. Oh Gott. So. Da haben wir den Bogen raus und wir paddeln. Warum paddelt sie nicht zurück? Okay, ich glaube, das war schlau. Okay, weiter mal. Dann machen wir den Kreis. Und wir paddeln los. Und wir paddeln los. Und wir paddeln, paddeln, paddeln. Oh, sag doch mal. Ich glaube, da kommen wir nicht so rüber. Nee, das schafft er auch nicht. Das ist selbst für ihn zu schwierig. Okay. Wir müssen Tatsache. Sagen wir mal gucken. Und Hauruck. Und Hauruck. Und Hauruck. Und Hauruck. Und Hauruck. Oh, es kommt schon. Und kommt schon, kommt schon. Oh, knappe Schichte. Okay, das ist ein bisschen schwieriger jetzt schon irgendwie. Warum auch immer. Okay, wir machen. Jawohl. Was war das denn? Oh, es ist jetzt kommt schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das ist nicht so einfach. Das ist ein bisschen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Nein. Nee. Komm schon. Hä? Achso. Ja. Ah. Aha. Interessant. Wildwasser fahren. Okay. Äh. Ja. Ach, Viereck, ne? Viereck bei dem hier. Nein. Nein. Achso. Ah. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir nochmal irgendwann zurück. Ja, ja. Kletter du schon mal ins Boot. Du sollst ins Boot klettern. So, damit wir mit dem Boot nochmal ein Stück zurückrudern können. Äh. Zurückrudern. Nein. So. Aber springen kann sie ja denn nicht. Oh, kriegen wir jetzt die Eule da oben nicht? Moment, teste mal ganz kurz was. Oh, das wäre jetzt doof, wenn wir die Eule jetzt nicht kriegen. Das war wirklich doof, jetzt. Ah, okay. Oh, ich dachte schon. Entschuldige dich, bitte. Äh. Juhu. Äh. Och, man. So. Jetzt gehen wir mal runter. Oh, Gott. Da war mal ein bisschen zu voreilig. Oh, Mann. So. Paddel. Oh, los. Und raus mit dir. So. Okay. Okay, 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 okay. Wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da. So. Jetzt kannst du weiter hin. Nicht so. Jetzt wirkt die ganze Zeit zurück. So. Und vorwärts. Und vorwärts. Und vorwärts. Und vorwärts. Puh. Wildwasser. Yay. Yay. Uh. 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 Ach so, da sind Steine. Ah. Hörschon. 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 Nein, 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 nein. Hörschon. Okay, da hoch. Jetzt. Juh. Wow. 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 ich habe schon okay so auch nur noch nur noch nur noch immer mehr schuppen mit dem ding-tang war raum ja okay 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 was auch so wechseln so den hier rüber kommen damit mir mit aber dann sind wir doch da gar nicht mehr sicher ist besonders wo wir ihn auch hin müssen jetzt gerade sie müssen schon in die richtung okay nein ich sagte bleibt da okay so hat funktioniert okay damit wieder abwärts auch die unterweiterarbeit ist schon okay ich mag das ja irgendwie mit dem strömen ist irgendwie voll cool gemacht war das hier ja so cool guter 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 ja 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 jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen Und zwar, wir haben ja hier können wir lang, dann ist da kein Monster. Also kein Tentakel oder fleischfressende Pflanze. Okay. Oh, Verzeihung bitte. Wow. Okay, also das ist doof, wenn das so steht. Schön zu wissen. Haha, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Okay. Wir müssen irgendwie. Oder so. So, so würden wir erstmal, so können wir uns das hier anhören, aber... Ah! 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 Ja, ja, viereck, viereck, Luna, ah, jetzt. Ja, sehr gut. Ah! Ja, wir hätten einfach mal da hoch hin sollen. Oh Mann. So, da kommen wir nicht rein. Okay, da ist ein Steinchen. Oh Mann, aber, ja, okay, versteht er jetzt schon. Das ist easy going. Nimm mal bitte den Stein, danke. Und jetzt schmeißen wir den einfach hier hin. Ach so, wir schmeißen ihn hier drüben rein. Warte. Logisch. Nimmst du bitte den Stein, nimmst du bitte den Stein, danke schön. Jetzt schmeiß ihn rein. Ja, jetzt müsst ihr runterrollen. Roll, roll, roll mein Ball. Flipp. So. Das war easy. Jetzt müssen wir warten. Ach so, wir müssen erst hier rüber, okay. Dackel, 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 dackel. Okay. Okay. Interessant. Also so, so, so. Wow, das war knapp. Okay. Okay. No. Die wollte ich mir doch gerade noch holen. Jetzt hier nochmal kurz rauf. Richtigen Moment erwarten. Ah, das war nicht der richtige Moment. Der richtige Moment. Komm doch jetzt erst noch. Moment. Warte mal, vielleicht mit dem Fuchs. Warte. Komm schon. Warte. Oh Gott. Nö. Achso. Hab schon gedacht. so warte warum hoch ja 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 oh man das war ganz knapp ich stelle mich glaube ich mir zu blöd dafür an oder kann das sein der jetzt auch nicht neu oh oh gott scheiße was denn hier los kinder ich habe noch eine idee moment ich habe eine idee vielleicht ist es ja der lösungsweg aber ich habe so das gefühl dass er der ist nein oh gott oh ah 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 schmerz lassen nein wir halten uns hier wahrscheinlich noch ewigkeiten auf so wir warten da ist unsere chance ok das war nicht so wie geplant wie kommen wir da hoch wie kriegen wir diese eule wow das war knapp jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie ok wie wir das jetzt gemacht haben weiß ich nicht ganz genau aber ist ja ureal ok wir können weiter hoppsi galopsi so und hier rüber lass fallen was sollen wir damit machen sollen wir das in ein boot schmeißen ok jetzt wieder zurück und zurück hopps komm schon du kleiner geiler fuchs komm schon du kleiner geiler fuchs achso wir sollen da rein endlich wie ein boot was macht er können wir hallo 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 und paddeln und paddeln du dir nicht weh freundchen ja nuna muss oben rüber tschüss boot ich komme mit ich komme mit was macht sie eigentlich immer im wasser äh war das jetzt nicht richtig hopp so 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 wir waren nicht schnell genug oder wie waas was macht denn der da unten achso da kann er nicht überhaupt tauchen ja der schwimmt doch tauchenkeule hallo ok der DT anscheinend nicht ok also wir müssen echt tatsächlich so in true nein nicht zurück vorwärts und vorwärts äh nicht achso wie blei ach so ja natürlich ok wir sehen uns in der nächsten folge von äh von never alone niemals einsam bei der mäusejagd wir haben jetzt gerade ein wunderschönes monster noch gesehen also bis dahin haut rein tschö mit öl danke für zugucken an